Ich höre immer wieder Leute und auch Ärzte Kollegen, die sagen, das Coronavirus sei so gefährlich wie eine ganz normale Grippe. Das stimmt aber nicht. Wir haben es hier mit einem Virus zu tun, das wesentlich ansteckender und auch wesentlich gefährlicher ist. Eine an Grippe infizierte Person infiziert im Schnitt zwischen 1,4 und 1,8 weitere Personen. Je nachdem, welches Grippevirus wir zum Vergleich heranziehen. Einen Coronavirus infizierter Patient infiziert im Schnitt zwei bis 3,11 weitere Personen. Wir haben es hier mit einer exponentiell wachsenden Epidemie zu tun. Alle drei bis vier Tage verdoppelt sich die Anzahl der registrierten Fälle. Schauen wir auf die WHO Zahlen, die hier auf der Worldometer Seite sehr gut dargestellt werden. Wir sehen hier die Fälle außerhalb von China. Am 8. März hatten wir 29.256 Fälle und vor vier Tagen 1,2,3,4 hatten wir noch 14.905. Also circa eine Verdopplungszeit von vier Tagen. Und wie verhält sich das in Österreich? Hier sind die Zahlen der letzten Tage. Am 4. März hatten wir noch 29 Fälle und am 9. März sind diese bereits auf 157 angestiegen. Rechnen wir uns das Verdopplungsintervall aus. 4. März bis 9. März, das sind fünf Tage. Am 9. März hatten wir 157 Fälle. Am 4. März waren es 29. Das heißt 157 ist gleich 29 mal 2 hoch x. Wobei x die Anzahl der Verdopplungsintervalle ist. Wenn wir jetzt die Gleichung für x lösen, dann erhalten wir 2,44. Das ist die Anzahl der Verdopplungsintervalle, die in diesen fünf Tagen stecken. Wenn wir also wissen wollen, wie lange ein Verdopplungsintervall dauert, so müssen wir 5 durch 2,44 dividieren und erhalten ein Verdopplungsintervall von 2,1 Tagen. Bei uns scheint sich das Virus also schneller zu verdoppeln als im Rest der nicht chinesischen Welt. Wir haben in Österreich sicherlich eine geringere Fallzahl und die statistische Schwankungsbreite ist dadurch höher. Diese Zahlen sind allerdings alles andere als erfreulich. Wenn wir von einem Verdopplungsintervall von drei Tagen wie in der Literatur beschrieben ausgehen, so könnten bereits in 45 Tagen vier Millionen Österreicher infiziert sein. Hier wäre dann wahrscheinlich die Herdenimmunität erreicht und die Epidemie würde danach wieder abnehmen. Dies natürlich nur vorausgesetzt, wir machen so weiter wie bisher und tun so, als wäre das eine stinknormale Grippe. Wenn wir also nicht mithelfen, das Verdopplungsintervall zu verlängern, dann werden wir in 18 Tagen mehr Fälle haben, als es derzeit in Italien gibt. Heute ist der 10. März und es gibt dort 9172 Fälle. 18 Tage. Nun, wie verläuft die Erkrankung? Wir wissen aus der Literatur, dass 81% der Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mild verlaufen. Diese Personen können sich zu Hause auskurieren. 14% verlaufen schwer und brauchen ein Krankenhausbett, wobei 5% kritisch verlaufen. Diese 5% brauchen intensivmedizinische Betreuung, also ein Bett auf der Intensivstation. Schauen wir mal, wie viele Krankenhausbetten es in Österreich überhaupt gibt. Laut dem Bundesministerium gab es 2018 67.000 Krankenhausbetten in Österreich. Und wie viele Betten gibt es auf der Intensivstation? Laut dieser Publikation haben wir in Österreich 23,4 Intensivbetten pro 100.000 Einwohnern. Also 23,4 Intensivbetten pro 100.000 Einwohnern. Österreich hat derzeit 8,8 Millionen Einwohner. Also 23,4 mal 88 macht 2059 Intensivbetten, die es anscheinend in Österreich gibt. Aber diese Betten sind ja derzeit nicht alle frei. In den meisten liegen ja schon Patienten. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir lediglich 50% dieser Betten, also ungefähr 1.000 für Covid-19-Patienten freischaufeln können, wann erreichen wir dann unser Limit? In circa 21 Tagen. Danach haben wir 1.000 kritisch kranke Covid-19-Patienten in Österreich, sofern sich nichts am Verdopplungsintervall ändert. Danach wird es für die kritisch Kranken keine Betten mehr geben. Diese Patienten werden in den nächsten Tagen infiziert. Die Inkubationszeit von Covid-19 beträgt 5,2 Tage im Durchschnitt. Bis zu circa 14 Tage dauert es bei den allermeisten Patienten maximal. Wenn wir das in unsere Kurve hier einzeichnen, dann sehen wir, dass die kommende Woche extrem kritisch sein wird für den Verlauf der Epidemie in Österreich. Die ersten Patienten, die kein Intensivbet mehr bekommen, werden in den kommenden Tagen infiziert, wenn wir nichts dagegen tun. Jetzt komme ich zu der wahrscheinlich wichtigsten Abbildung der gesamten Epidemie. Die linke Kurve zeigt, was passiert, wenn die Epidemie ungebremst weitergeht. Es wird unweigerlich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Die Sterblichkeit würde dann in dieser Phase weit über die beschriebenen 2,5% hinausgehen, weil wir einfach keine adäquate Medizin betreiben und anbieten können. Die rechte Kurve zeigt, was passiert, wenn die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Wenn wir Handhygiene betreiben, Gruppenansammlungen meiden, von zu Hause arbeiten und nicht unnotwendig reisen, dann können wir es schaffen, die Epidemie hinauszuzögern, so dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Nur wenn uns das gelingt, können wir die Sterblichkeit niedrig Dominik expectations. präsentiert heterotisch �